Jetzt steht er auf Kalzone. Kalzone. Jetzt steht er auf Phosphor. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Was, wenn ich Quersungen bilde? Ich muss binär denken. Ich muss binär denken. Jetzt steht er auf Geschmacklos. Was, was, was muss er denken? Ich komm schon noch drauf. Was, wenn ich Quersungen bilde? Was will er denn machen? Ich hab's nicht, ich hoffe nicht. Jetzt steht er auf Kalzone. Jetzt steht er auf Phosphor. Ähm. Null. Ich komm schon noch drauf. Eins, Null. Ich muss binär denken. So viele Möglichkeiten gibt es hier eigentlich gerade? Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Toll, einer ist hier abgebrochen. Jetzt steht er. Jetzt steht er auf. Sekunde mal. Muppstange. Hier steht, der Umfang des zu wappenden Stocks darf zwei Millimeter nicht überschreiten. Das zu wappenden? Wer hat den denn eingestellt? Ach Mensch. Nicht nötig. Das passt schon. Wo krieg ich denn so ein paar Kacken Zucker her? Ich bevorzuge Dynamitköder zum. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen. Wenn ich anfange... Mhmmm. Den Spieß, den hätte ich gerne. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Isst doch mal eine. Ja, genau. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. So einfach kann das sein, meine Herren. So. Los, sei nützlich. Wer denn? Stures Ding. Hä? Los. Stures Ding. Achso. Jetzt steht er auf Phosphor. Okay, 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 okay. Wir machen jetzt erstmal eine Zuckerwatte. Wenn das jetzt funktioniert. In der Phosphor-Zuckerwatte. Kann ich mir noch einen Fisch nehmen? Sag mal. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. So, und kann ich jetzt vielleicht den auch noch essen? Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Isst ruhig. Isst ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg, lieber. Was? Ach, schade. Ich hätte mir gerne noch eine andere Zuckerwatte gemacht. Na gut. Ähm, wir versuchen jetzt mal... Was passiert? Was passiert? Ah, ja. Sekunde mal. Ähm, kann ich hier... Der Stock passt in die Halterung. Aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Brennen? Ähm... Die Zuckerwatte müsste brennen. Die Zuckerwatte müsste brennen. Okay. In der Nische ist eine Halt drumherum. Das kann nur ein... Oder null. Ich versuche es hier nochmal. Der Stock passt in die Halterung. Aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Äh... Muss ich das raffen? Der Stock passt in die Halterung. Der Stock passt in die Halterung. Aber die... Ähm... Lampe. Warte mal. Die kann man doch immer aufhalten. Hey! Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Genau. So. Jetzt hat es sich mit Licht aufgeladen. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und retten ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill Donnerstag. Grill Donnerstag. Cool. Danach kann man auch... Das fände ich auch gut. So ein Grill Donnerstag. Einmal die Woche grillen. Mmh, yum, yum. So, was ist denn hier hinten zu sehen? Das Gleiche? Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig Gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Raum. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und hey, hey, hey. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Äh, Mist. Ich sehe keine Fahrstuhluhr. Aber ich sehe... Äh, ich sehe. Aber ich habe gerade gehört, Passwort für den Lift ist hervorragend. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Ja, haben wir doch. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Was? Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich ihm nur zusammengepuzzelt. What the fuck? Warte mal. Äh, wo wäre... Äh, äh... Ähm... Ähm... Hä? Aha. 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 Nehme ich mal... Was könnte da oben... Nee, das könnte schon mal nicht fassen. Das auch nicht, das auch... Äh? Hier. Nee. Muss das sein, oder? So. Dann. Äh... Ach du Scheine. Das geht alles gar nicht. So. Und... Hier, was soll das denn sein? Nee, das kann alles gar nicht passen. Das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Ah. So, ein... Eins in der Art auf jeden Fall. Das soll passen? Na gut. Von mir aus. Mir ist es egal. Gucken wir mal weiter. Ähm... Kein Schimmer hier. So. Passt nicht. Passt auch nicht. Äh... Warte mal. Äh... Äh... Dann... Neh... Hier. Gib mal das hier. Das passt da hin. Dann... Ähm... Was ist das denn hier? Da klebt er noch irgendwas. Ah, warte mal. Hier. Auch nicht. Aber das hier vielleicht. Ah. Okay. Dann hätten wir das schon mal... Ähm... Nee. Nee, 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 nee. Oh Mann. Was soll denn da reinpassen? Hier. Falsch. Das. Das natürlich hier hin. Okay. Ich erkenne da noch nicht sehr viel. Äh... Nee. Nee, das passt nicht. Oh. Ist ja... Interessant. Ähm. Ähm. Ach, guck mal. Das ist, äh... Mehr Glück als Verstand. So, dann machen wir den hier. So, und, ähm... Das muss ja dann da hin. Was? Wie könnte das weitergehen? Ähm... Ja. Hier, ne? Hier, ne? Nee. Keine Ahnung, warte mal. Äh... So, dann... Dann kommt das. So, jetzt kommt... Nee. Nee. Kommt das... Auch nicht. Mist. Hä? Ähm... 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 Ah, hier. Zack. Dann kommt das... Ach, das kann ja nicht wahr sein. Hä? Okay, das muss hier hin. So. Was soll das sein? Ich erkenne da kein Passwort. So, passt das jetzt hier hin? Nö, das passt ja gar nicht hin. Dann müssen wir mal das nennen. Das passt da natürlich auch nicht hin. Sag mal, wie soll das denn passen hier? Das ist doch... Das geht doch gar nicht auf. Hä? So? Hallo? Hä? Ähm... Ähm... Hä? Was ist das für ein Kappes hier? Ich muss wahrscheinlich einfach... Immer noch nicht? Jetzt gleich aber! Geh... Rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst! Ähm... Upsi! Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhl-Code? Dammit! Wofür probiere ich da überhaupt drum? Das kann doch nicht wahr sein. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Allerdings auch nicht besser als vorher. Äh... Sicherungs... Was ist mit dem... Oh! Taschenlampe. Sicherung. Das System rebooted. Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Hm. Irgendwas Cooles. R... U... F... U... S. Ja gut, dann... Das geht natürlich auch. Wo ist jetzt die Zuckerwatte? Die ist weg. Ne. Ach, die haben wir wieder. Okay. Oh, ne Taschenlampe haben wir. Und wir können jetzt mit dem Fahrstuhl nach oben. Und wir haben einen kaputten Mob. Können wir den jetzt eigentlich hier reintauchen? Wir wollten doch hier irgendwas machen. Ach ne, die Zucker... Warte hat er es jetzt gemacht? Öliger Mob. Er hat es tatsächlich getan. Können wir die Zuckerwatte auch da rein? Hehe, stimmt. Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Ach so. Aber der wollte doch den Grund ausleuchten. Hatte ich das nicht... Habe ich das falsch verstanden? R... U... F... U... Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Beides. Aha. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Feinde-Mann-Marsch. Ein Beamtenkreuzer? Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder... arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ja. Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Das kann sein. Ähm... Aus der Nähe angucken. Was... Was würdest du denn da... Was würdest du denn... Was soll das heißen? Notboot. Notboot. Und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Ich sehe da kein Fenster. Ich war noch nie so nah dran. Sieht aus, als wäre das am Mond verankert. Was ist das? Warum eigentlich nicht? Ach so, das hat man gerade schon. Ach so. Die Aufstieg... Ja, war... Ja, da war noch was. Genau. Was für eine Schönheit. Stark. Ach so, das hat man auch gerade schon. Also, was haben wir hier noch? Eine Flagge. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Wow. Du hast auch wieder Sprüche auf Lager. Ja, mal. Oh. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge. Ich liebe Konfetti. Na, dann geht aber mal auf Klo und drückt ein bisschen. Oh. Wie ist das? Hebel? Nö. Ähm, können wir da irgendwas anderes dran hängen? Einen Mob vielleicht? Ich geht nein. Ich geht nein. Okay. Können wir... Was haben wir denn hier? Wir haben eine Flagge. Wir haben einen Kaugummi. Wir haben... Ähm... Ich... ...habe noch kein Schimmer. Was wir hier eigentlich tun? Was können wir denn Flagge annehmen? Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. Fünf brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Äh. Was? Hier. Wenn etwas auf fünf brennende... Okay. Upsi. Das ging ja auch nicht. Flagge... Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Ah. Was du nicht immer alles im Hinterkopf behältst. Dann sollten wir das auch mal tun. Also der ölige Mob mit der Flagge zusammen. Ich brauche kein Licht. Ich ordne... Ey. Was? Wo ist mein Eimer? Was soll er jetzt... Sicher ist sicher. Hä? Du bist erwarteter... Untertitelung. BR 2018